Hälfte nicht auf den Platz zurück, alle warteten noch auf einen Moment von Messi und er kam. Gargo auf Messi, der hebt den Ball über Isakson hinweg, aber der Schwede ist flink. Kein Tor, das entscheiden Schiedsrichter Gauthier und Assistent Cano im Duett. Keine Kameraposition kann die Torfrage endgültig auf.